Einen wunderschönen guten Morgen. Ja, zu unserem Irland-Trip gehören nicht nur Dinge, die mal eben ganz leicht funktionieren, sondern wir haben jetzt hier blinkende Zeichen bei unserem Auto. Eins natürlich Büschwasser und parken, aber wir haben hier noch zwei andere Zeichen und die machen unser Leben gerade ein bisschen stressiger oder wie soll man sagen, einfach herausfordernd, denn das hier ist die Abgasanlage irgendwie und das können, das ist die Glühlampe eigentlich für Diesel, aber die zeigt auch an, welche Systemfehler sind und in den letzten paar Wochen sind immer wieder solche Fehler aufgetreten und ja, jetzt müssen wir heute früh auch noch zur Reparatur oder zumindest das Auto abgeben und dann hoffen wir mal, dass das noch rechtzeitig fertig repariert ist. Ich meine, gut, sind noch drei Wochen, aber tja, keine Ahnung, was das kosten wird. Garantie ist vor ein paar Tagen abgelaufen und ja, alles zusammen. Also wir sind ziemlich herausgefordert. Ich dachte, ich mache jetzt mal auch noch so ein Video, weil immer so schön, ja, wir fahren auf die Reise und dann sind wir irgendwann da und alles schön und gut, aber nein, wir haben viele kleine Herausforderungen in den letzten Tagen und das hier gehört auch dazu. Hier nebenan liegt schon die Karte, da in die Nähe von Kork wollen wir. Ja, jetzt sind wir mal gespannt, was jetzt hierbei rauskommt. Ja, wir nehmen euch mit, halten euch auf dem Laufenden. Viel Spaß, tschüss. Viel Spaß! Machin. Schronング. �